Ja, hallo zusammen und guten Morgen. Ich freue mich total, dass ich heute Morgen hier sein darf und mit dem Team hier vor Ort und mit euch zu Hause vor den Bildschirmen diesen Gottesdienst zu erleben. Ich freue mich auch über diese wirklich geniale Lobpreiszeit, die wir haben durften. Vielen Dank an das Lobpreisteam. Und es ist so schön zu wissen, dass wir nicht irgendwas machen, sondern dass wir heute Morgen hier sind, um Gott zu begegnen und dass er gesagt hat, dass er auf jeden Fall dabei ist. Ja, ich habe ziemlich lange überlegen müssen, wie ich die heutige Predigt nennen möchte. Und ich habe mich dann entschieden, sie zu nennen, Leben.echt. Jetzt kannst du dir da alles Mögliche darunter vorstellen. Du kannst es dir ja mal anhören und dann überlegen, ob es passt für dich oder nicht. Ja, was ich auch immer sehr gerne gemacht habe und immer noch mache, ist, so ein bisschen Geschichten zu erzählen. Und auch dazu möchte ich dich einladen heute Morgen. So, die meisten sind wahrscheinlich zu Hause, gemütlich auf dem Sofa oder was weiß ich, vielleicht auf einer Decke. Macht es euch bequem, lehn dich zurück, macht vielleicht die Augen zu und entspann dich und versuch einfach, dich auf diese Story heute Morgen mal einzulassen. Und vielleicht hast du ja auch Gelegenheit, so nebenbei so ein bisschen in dich reinzuspüren und reinzuhören, wie es dir damit geht. Lasst euch mitnehmen in ein heißes und trockenes Land. Es ist staubig, die Sonne brennt vom Himmel. Ja, die meisten Leute und Tiere, die legen eine Ruhezeit ein, eine Siesta. Die haben sich ins Haus oder in Schatten zurückgezogen. Es gibt ein paar unverbesserliche Zikaden und Grillen, die vor sich hin zirpen, denen das egal ist, dass es so heiß ist. Die singen einfach und trällern ihr Lied. Aber was ist das? Wenn man genau hinschaut, sieht man, wie sich eine Frau aus dem Schatten der Häuser löst. Und sie hat einen Krug dabei. Sie geht zum Brunnen, weil sie Wasser schöpfen will. Sie kommt allein. Und sie geht schnell. Alle anderen Frauen und Mädels waren am Morgen da. Ziemlich früh, weil es da schattig und kühl ist. Die Frau kommt allein. Sie hat nicht diese Fröhlichkeit, die Unterhaltung des Gelächter von den Frauen am Morgen. Es ist still. Außer den Zikaden hört sie nichts. Sie geht zum Brunnenrand, setzt sich hin und schaut runter in die Tiefe, auf das Wasser. Und es geht ihr so alles Mögliche durch den Kopf. Viele Gedanken. Wie sie so runterschaut, schauen sie zwei dunkle Augen an. Die gucken traurig. Sie gucken fragend. Sie gucken sehnsüchtig. Sie gucken ängstlich. Sie hat einfach so viel erlebt in der letzten Zeit. Echte Freunde hat sie fast keine mehr. Viele Beziehungen sind für sie zerbrochen. Sie ist so ganz allein. Und irgendwie ist es ja auch ganz gut so. Denn dadurch erspart sie sich ja einen Haufen Gerede. Seitenhiebe und Spott. Weil die vielen besserwischerischen Worte, die sie gehört hat so die letzte Zeit, die haben ihr schon zugesetzt. Und das braucht sie alles nicht mehr. Deswegen ist sie auch jetzt hier. In der Mittagszeit, in der Mittagszeit, in der Hitze. Es ist besser, alleine zu gehen und Wasser zu holen. Das Leben geht weiter. Es muss auch weitergehen. Und sie ist wild entschlossen, alles mitzunehmen, was sich ihr noch so bietet. Und außerdem, heute Abend wird ihr er wiederkommen. Er. Und dabei umspielt so ein zärtliches Lächeln ihre Lippen. Aber was ist das? Da ist jemand, der hat sich geräuspert. Sie ist nicht allein, wie er hofft. Und sie schaut so erschrocken auf und sieht sich einem fremden Mann gegenüber. Und der Kleidung nach scheint ein Jude zu sein. Er spricht sie an und bittet sie um einen Schluck Wasser. Was fällt ihm ein? Ein Jude spricht nicht mit fremden Frauen und mit Samaritanerinnen schon gar nicht. Und dann sagt die Frau so zu ihm. Ey, du bist doch Jude. Wieso bittest du mich um Wasser, wo ich eine samaritanische Frau bin? An dieser Stelle möchte ich jetzt in den Bibeltext einsteigen. Und wir lesen aus Johannes 4, Abvers 10. Jesus antwortete ihr. Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Aber Herr, erwiderte die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen, der ist so tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Kinder und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jeder, der dieses Wasser trinkt, erwiderte Jesus, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Wie geht es dir, wie geht es uns, wenn wir diese Geschichte so hören? Ich weiß, das ist eine Kinderstundengeschichte. Ich habe mich auch fast nicht getraut, sie zu nehmen, muss ich ehrlich sagen. Wir kennen sie in- und auswendig. Das ist so eine alte Story für uns. Aber bevor du jetzt abschaltest und was ganz anderes denkst und denkst, okay, alles bekannt, warte noch ein bisschen damit. Noch nicht. Hör mal erstmal in dich rein und pass auf, was diese Story mit dir macht. Kommt sie dir nicht auf irgendeine Art bekannt vor. Ich rede jetzt nicht von diesen fünf Ehemännern oder Männern, die diese Frau hatte. Sondern ich rede von diesem Durst, den diese Frau hat, den wir alle jeden Tag haben. Wir haben natürlichen Durst und von dem Durst, von dem Jesus spricht. Vielleicht sind wir alle ein bisschen so wie diese Frau. Wie oft geht es uns so, dass wir einen wunderbaren Tag hinter uns haben, vielleicht einen Ausflug gemacht, irgendwas Schönes erlebt. Auf der Arbeit lief es gut. Was weiß ich, der Tag war wunderbar, perfekt. Und wir nehmen trotzdem wahr, dass in unserem Herzen Durst ist. Ein Durst nicht nach Wasser, nach Bier, nach Wein, nach Cola oder sonst irgendwas. Sondern ein Durst nach irgendwas Lebendigem, nach irgendeinem Lebensgefühl, nach irgendwas Coolem, was uns hier drin so richtig ausfüllt und satt macht. Nach erfülltem Leben. Wir sind glücklich. Und trotzdem ist da so eine gewisse Leere. Und oft ist es doch so, dass auch uns nach einem lang ereignisreichen Tag im Spiegel diese dunklen, fragenden Augen anschauen und wir uns überlegen, ist das jetzt alles? Das soll das Leben sein? Es gibt so viel, womit wir versuchen, dieses Loch in unserem Herzen zu stillen. Bei der Frau am Brunnen waren es ihre viele Bekanntschaften, die vielen Männer, die Beziehung zu ihnen. Bei anderen kann es die Karriere sein. Tolle Klamotten, Autos, Reisen, Partys. Andere sind total religiös und finden da ihre Erfüllung. Oder sie suchen einfach nach sich selbst. Coaching zur Stärkung des eigenen Ichs liegen voll im Trend, habe ich neulich in der Zeitung gelesen. Und man hört es auch, wenn man mit Leuten redet. Oder aber Menschen suchen immer wieder ihren speziellen Kick. Die Sehnsucht, die Leere bleibt. Immer wieder merken wir so für uns selber, dass wir noch nicht am Ziel sind. Es fehlt noch was. Unser Herz ist leer geblieben und so gehen wir wieder auf die Suche. Neues Spiel, neues Glück. Wir sind on Tour. Dieses unstillbare Verlangen. Dieser Lebenshunger. Psalm 42 drückt das so aus. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser schreit. So sehne ich mich Gott nach dir. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Aus diesem Psalm wurde ein Lied. Ich selbst kenne das Lied. Ihr selbst habt es vielleicht auch schon gesungen. Und viele singen das mit totaler, absoluter Hingabe. Und sie denken dabei, dass es darum geht, dass sie sich nach Gott sehnen oder den Lobpreis oder Predigt. Dass sie es einfach cool finden sollen und sich da so richtig reingeben müssen. Und dann passt das schon. Aber es geht um so viel Größeres in diesem Psalm. Er drückt aus, dass Gott mein Lebensspender sein möchte und dass meine Sehnsucht nach ihm in ihm gestellt werden soll. Getrennt von ihm ist das nicht möglich. Der Hirsch, von dem dieser Psalm hier spricht, der ist aus irgendwelchen Gründen in eine Wüste geraten. Er rennt da rum. Es gibt Flüsse, aber die sind ausgetrocknet. Es gibt Schluchten, aber da ist kein Wasser drin. Wir kennen das so im Mittelraum oder wenn man in Afrika oder so guckt. Das sind Wadis, da fließt manchmal unheimlich viel Wasser ganz stark und schnell, richtet einen Haufen Zerstörung manchmal sogar an. Und im Sommer, wenn es dann trocken ist, ist gar nichts da. Aber dieser Hirsch, der da rumirrt und rumrennt, der muss Wasser finden. Wenn er das nicht findet, wird er sterben. Da geht dann kein Weg dran vorbei. Und dieses Bild beschreibt ein Stück weit uns. Wir sind mit so einem Durst in unserem Herzen geschaffen, der unbedingt gestillt werden muss. Und wenn das nicht passiert, werden wir sterben. Unsere Seele verkümmert. Und ich finde, wir erschrecken darüber. Ab und zu stolpert man darüber oder man merkt es. Und dann kommt diese große Frage. Kann ich mich tatsächlich auf diesen unsichtbaren Gott und auf diesen Ruf, der von Jesus kommt, auf diese Einladung einlassen? Ist dieser Gott vertrauenswürdig? Passt das? Ist er darauf Verlass? Neulich bin ich auf den Gedanken gekommen, habe so gedacht, naja, was könnte ich mal lesen in der Bibel? Ich lese mal Jeremia. Den habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Mal gucken. Und da stehen gleich in den ersten Kapitel einige total interessante Dinge drin. So wird zum Beispiel beschrieben, wie Gott zu Jeremia sagt, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein. Naja, ich glaube schon, dass diese Sätze uns auch gelten. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt alle Propheten sein müssen, wie Jeremia das dann war. Aber es ist schon erstaunlich, weil im Psalm 139 lesen wir ganz ähnliche Sätze. Da steht, du hast mich erschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du dich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig geschaffen hast. Großartig ist alles, was du gemacht hast. Das erkenne ich. Und schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Jemand hat mal gesagt, jeder Mensch ist unheilbar religiös. Vielleicht sind diese Verse, die wir gelesen haben, ein Grund dafür. Meine Kinder haben früher so eine Video-CD gehabt. Das war eigentlich was ganz Witziges. Es kam aus Amerika und da gab es so einen Kinderstundenonkel. Und der hat diese Leere in unserem Herzen mit so einem Donut verglichen. Hat dann immer so ein cooles Lied dazu gesungen. Life without Jesus is like a donut. Das war irgendwie ein total cooles Lied. Und das hat so beschrieben, es ist alles rund, es ist perfekt, aber in der Mitte gibt es so ein Loch und alles, was ich da reinschmeiße, fällt durch. Und das Einzige, was hilft, um dieses Loch ganz zu machen, damit es wirklich komplett ist, das ist eben Jesus. Wie oft rennen wir in unserem Leben hin und her wie dieser Hirsch in der Wüste. Es gibt Wüstenlandschaften, in denen wir unterwegs sind. Manchmal sind wir auf der Suche. Und in Jeremia, das ist gleich am Anfang, Kapitel 2, Vers 13, wird beschrieben, wie das Volk Israel, das ja so eine enge Beziehung hatte von Anfang an und das hatte zu Gott und auch so ganz besonders mit Gott unterwegs, oder Gott mit ihm immer wieder versucht hat, auszubrechen, sich andere Götter zu suchen, eigene Wege zu gehen und sich mit total vielen Dingen beschäftigt hat, um das wahre Glück und Erfüllung zu finden. Es kommt auch zum Ausdruck, wie zornig und wie traurig Gott darüber ist. Wir lesen in Jeremia 2, Vers 13, Denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begann. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit frischem Wasser, und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die das Wasser nicht halten. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, wie verrückt muss man eigentlich sein? Ich habe eine Quelle, da ist total kühles, frisches Wasser drin, und habe mir das dann so in der Hitze vorgestellt. Und wie schön das dann ist, einfach so in diesem Wasserdunst zu sein und vielleicht die Füße da reinzuhalten oder auch einfach Wasser zu schöpfen und zu trinken. Und dann gibt es doch tatsächlich Menschen, denen reicht es nicht, die denken, okay, ich gucke mal, finde ich hier vielleicht auch Wasser, gehen irgendwo hin, wo es steinig und wüstig ist, graben sich ein Loch und versuchen, einen Brunnen da drin zu haben. Der Brunnen hat Risse und Löcher, vielleicht ist das Wasser nachher schlammig da drin, aber irgendwie sind sie der Meinung, das bringt es voll. Also dem Volk Israel hat diese Suche und dieses Prozedere nicht gut getan. Es hatte viele Feinde, seine Städte wurden zerstört. Und das hat Gott zugelassen, dass sie versklavt wurden und einfach immer wieder von einem Problem ins andere kamen. Das liest man in Jeremia 2, Vers 17. Da sagt dann Gott, das alles hast du dir selbst zuzuschreiben, weil du mich, den Herrn, verlassen hast, deinen Gott, der dich so sicher geführt hat. John Ortberg hat einmal gesagt, wenn wir echtes Leben wollen, wollen wir im Grunde genommen Gott. Und wir wollen ihn so dringend wie so ein verdurstender Hirsch, was er will. Im Grunde genommen wollen wir Gott viel mehr als alles andere in unserem Leben und viel, viel mehr, als es uns selbst eigentlich bewusst ist. Wir bekommen Gott aber nur, wenn wir eine lebendige Beziehung mit ihm eingehen, wenn wir uns auf ihn einlassen, wenn wir ihn kennenlernen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Wir wissen alle, wie das geht. Die meisten werden Christen sein heute Morgen. Wir wissen, okay, es gibt Bibellesen, es gibt Gottesdienste, da sind Gespräche mit anderen, es gibt Lobpreis, es gibt coole Bücher. Ich kann auf eine Freizeit gehen. Ich kann alles, alles Mögliche machen. Wichtig ist, dass ich mich auf den Weg begebe, Gott kennenzulernen. Genauso wie ich meine Freunde kennenlernen muss. Genauso wie ich nur meinem Ehepartner nahe sein kann und weiß, was sein Herz bewegt und was für eine Einstellung er hat, wenn ich ihn kenne, wenn ich mit ihm zusammen unterwegs bin. Ich muss Zeit mit ihm verbringen. Das ist eigentlich nichts Neues und im Grunde genommen auch völlig logisch. In der Zeit von Jesus feierten die Juden das Geschenk des Wassers und des Lebens mit dem Laubhüttenfest. Und da war es so die Aufgabe vom hohen Priester, dass er so einen goldenen Krug hatte, aus diesem Teich Siloar Wasser geschöpft hat und dann mit diesem Gefäß zusammen mit dem Festzug in den Tempel gegangen ist. Er hat den Zug angeführt und das war so ein Fest von Fröhlichkeit, von guter Laune, von Dankbarkeit. Und man hat gesagt, dass es der fröhlichste Augenblick im ganzen Jahr gewesen ist. Jeder, der das Laubhüttenfest noch nicht miterlebt hatte, der wusste gar nicht so wirklich, was Freude ist. Das war der Hintergrund. Ja, und dann irgendwann mitten in diesem Fest rief der hohe Priester den Leuten so zu, mit Freude sollt ihr Wasser aus dem Brunnen der Errettung schöpfen. Und dann hat er was ganz Unvorstellbares gemacht. Er hat diesen Krug genommen mit diesem frischen, kostbaren Wasser und hat den einfach ausgekippt auf die Erde, einfach ausgeleert. Und das in einem Land, das mitten in der Wüste liegt und wo Wasser, was kostbares ist. Das mache ich doch nicht. Ich kipp's doch nicht einfach auf den Schlamm und Lehm. Und in diesem Moment hat er was gerufen. Und er hat gerufen, Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Nicht der hohe Priester hat das gerufen, sondern Jesus. Und man geht davon aus, dass er diese Worte gesprochen hat auf diesem Laubhüttenfest. Vielleicht in diesem Moment, wo dieser hohe Priester das Gefäß ausgeschüttet hat. Jesus stand da einfach und rief, Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt, wie ein Strom wird lebensschaffendes Wasser von ihm ausgehen. Ich finde es cool. Wir haben so oft so dieses Gefühl, dass Gott für uns so eine Quelle sein will, dass er uns satt macht und dass er uns erfüllt und wie cool unser Leben dann ist und wie froh wir dann unterwegs sind. Und das stimmt alles. Aber was mich auch angesprochen hat, ist dieser zweite Teil von diesem Vers, wo Jesus sagt, ey, nicht nur du wirst satt, sondern du selber, dein Leben, dein Herz wird einfach Einfluss haben und sich ausschütten, so Überquellen mit Leben, dass andere Menschen da trinken können, dass sie erquickt werden, dass es ihnen gut tut. Das macht nachdenklich. Du und ich, jeder Christ, eine Quelle des Lebens für andere. Also ich weiß von mir, manchmal bin ich das, aber ganz oft bin ich das nun mal schlichtweg und einfach nicht. Und es ist schon eine gewisse Zeit her, aber ich hatte so eine Zeit in meinem Leben, wo mich jemand total verletzt hat. Der hat auch ein paar Sachen über mich verbreitet, die so nicht ganz richtig waren. Das hatte dann zur Folge, dass ein Haufen Freundschaften und Beziehungen zerbrochen sind in meinem Leben und ich konnte eigentlich auch nicht wirklich was dagegen tun, weil die anderen Leute diesen Menschen geglaubt haben. Das war irgendwie recht geschickt eingefädelt. Und so bin ich dann so drin in meinem Herzen in eine ganz schöne Krise reingekommen. Also das hat man nach außen hin nicht gemerkt, weil da hat man sich ja schon relativ gut im Griff, oder jedenfalls ich mich meistens. Aber so die engeren Leute, oder wenn das Gespräch auf bestimmte Dinge kam, hat man schon gemerkt, dass ich ziemlich angefixt war und dass da so ab und zu auch mal nicht gerade nette Worte aus mir rausgekommen sind. Vor allen Dingen, was ich richtig schlimm fand, das war so, dass die Gespräche in meinem Herzen mit mir selber, und die hat ja jeder, wenn er nachdenkt, und ja, wir sind Menschen, wir haben Gefühle, Empfindungen, und diese Selbstgespräche, die waren sehr, sehr negativ. Die waren zornig, die waren, naja, ich weiß nicht, war es schon Groll, aber auf jeden Fall, die Richtung war schon so. Hat dann dazu geführt, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, so mein Magen fängt an zu spinnen, so Nacht schlafen ist auch ein bisschen schwierig, ich fand das alles irgendwie schlimm, aber irgendwie war es so und irgendwie wollte ich auch gerade so sein. Bis ich dann irgendwann zufällig diesen Vers in der Bibel gefunden habe, wo einfach Gott davon spricht, oder die Bibel davon spricht, dass in Gott Leben in Fülle ist und dass er uns beschenken will und dass wir übersprudeln sollen von Leben. Und dann dachte ich so für mich, ja stimmt, weiß ich ja, aber ich sehe das bei mir gerade nicht. Keine Ahnung, wo das geblieben ist, es ist einfach weg, es ist versickert. Und wo Gott gerade ist, keine Ahnung, er wird schon irgendwo sein. Ich bin ja auch Christ und Gott sagt, dass er dann da ist, aber merken und spüren und hören kann ich ihn gerade nicht. Wir kommen von Pfingsten her. Pfingsten ist ja auch bekannt als das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes. Jesus ging zum Vater, hat aber auch versprochen, ihr bleibt nicht alleine, sondern ihr bekommt die Kraft des Heiligen Geistes und erst dann geht los, begebt euch auf den Weg und erzählt anderen Leuten von dem, was ihr mit mir erlebt habt und macht ihn mit mir bekannt. Und Jesus hat uns auch versprochen, dass der Heilige Geist unser Tröster sein wird, dass er uns zur Ruhe bringen kann, dass er uns Kraft geben wird, dass er für uns betet, wenn wir keine Worte mehr haben oder vielleicht auch auf so einem Trip sind, den ich hinter mir habe. Und was ich auch so schön finde und was mir so wohltut irgendwo, dass dort steht, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leiten möchte. Wir wissen das als Christen. Theoretisch sind wir meistens wirklich perfekt vorbereitet und gut drauf. Und trotzdem ist es so, dass diese Wahrheit jeden Morgen, an jedem neuen Tag, jede Minute in unserer Situation präsent sein muss. Dass wir uns immer wieder neu öffnen für diesen Heiligen Geist, für Jesus, für Gott, für sein Wort, für das Wirken vom Heiligen Geist, dass wir ihn einladen in unser Leben, in unsere Situation. Und wenn ich mit Jesus verbunden bin und es auch bleibe, dann ist es so, das sagt auch die Bibel, dass dieser Heilige Geist ungehindert durch unser Leben, durch unser Herz durchfließen kann. Und dann hat das die Folge, dass Sünde für mich unattraktiv wird, dass aber dieses Leben und diese Gemeinschaft mit Gott für mich immer wichtiger, immer wertvoller und absolut attraktiv wird. Jesus sagt, wenn wir uns seinem Wort, der Wahrheit aussetzen, dass wir diese Wahrheit erkennen werden in unserem Herzen drin und dass das uns freimachen wird. Das heißt, wir werden merken, wo das eigentliche Problem bei uns ist, wo der Hase im Pfeffer liegt sozusagen. Und das Coole ist, diese Wahrheit, wenn wir wissen, wo das Problem ist, dann wird uns das freimachen. Und es ist ja immer so, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Aber wenn ich weiß, wo das Problem ist, wo die Schraube angezogen werden muss oder was raus muss, weil es einfach da nicht hingehört an diese Stelle, dann kann ich den Sachen auf die Spur kommen und ich kann sie in Ordnung bringen. Ich kann mit Leuten reden. Ich kann sagen Entschuldigung. Ich kann auch vielleicht ein schwieriges Gespräch führen und irgendwelche Dinge klären. Ich kann Vergebung erfahren von Gott, von Menschen. Nach einigen Nachdenken über diesen Bibelferst, den ich da so für mich neu entdeckt hatte und wo ich dann so gedacht habe, ich finde es richtig schrecklich, so ohne Freude und ohne spürbare Gemeinschaft mit Gott unterwegs zu sein, habe ich dann gedacht, ich muss irgendwie was ändern. Meine Herzenshaltung muss anders werden und meine Einstellung in Bezug auf diese betroffene Person muss sich auch verändern. Aber ich stellte dann fest, ich kann mir das vornehmen und dann kriege ich das hin oder ich kriege es auch nicht hin, aber es ist gar nicht so einfach. Und dann habe ich mir überlegt, ich fange jetzt an zu beten. Und ich habe das dann so gemacht, dass ich dann morgens aufgestanden bin und wenn mir dieser Mensch einfiel oder mich geärgert hat, habe ich gesagt, Herr, gib mir einfach diesen willigen Geist, das bei dir zu lassen, es dir abzugeben, mich nicht dafür zu interessieren, ob du ihn jetzt bestrafst oder nicht oder was auch immer passiert. Ich will damit nichts zu tun haben, ich segne ihn und ich möchte mit dir unterwegs sein. Und ich habe mir dann immer irgendwelche Punkte gesucht, wo ich dankbar sein konnte, egal was es war und wenn es nur der Vogel auf dem Ast war. Und das habe ich so ein paar Wochen gemacht und irgendwann stellte ich fest, es hat sich tatsächlich in meinem Herzen was verändert. Auf einmal war es wieder cool, irgendeinen Lobpreis zu hören, irgendein schönes Lied selber zu singen auch. Wenn ich gedacht habe, okay, ich lese mal den Vers des Tages oder ich schlage mal die Bibel auf, dann habe ich gemeint, oh ja, das spricht ja wieder. Ich finde Gott da drin. Und das fand ich so richtig, richtig schön und ich möchte das auch so für mich nicht mehr missen. So, jetzt muss ich mich erst mal neu sortieren. Seht mir das bitte nach. Ja, wie schon gesagt, was in unserem Herzen so richtig drin steckt, merken wir erst, wenn uns jemand anstößt. Auf der einen Seite, wie es klang jetzt schon an, merken wir es an den Worten, die dann aus uns rauskommen. Weil die Bibel sagt ja auch, so wie es das Herz voll ist, es geht der Mund über. Und dann gibt es noch diesen anderen Vers, wo dann drin steht, ja, ein guter Baum bringt gute Früchte hervor, aber ein fauler Baum, ein schlechter Baum, der bringt keine guten Früchte, der bringt irgendwelche verschrumpelten Teile, die nicht saftig sind und vielleicht bringt er auch einfach gar nichts und vielleicht wird er irgendwann mal als Feuerholz enden. Die anderen Leute, mit denen wir so unterwegs sind, vor allen Dingen die, die dichter an uns dran sind, die werden merken, ob wir eine frische, sprudelnde, lebendige, erfrischende Quelle sind oder eine ausgetrocknete, dürre Zisterne mit Schlammwasser oder abgestandenem Wasser. Und das macht auch wieder nachdenklich, weil irgendwo macht es uns darauf aufmerksam, dass letztlich wir selber für unser Herz, für unsere Gedanken und auch für das, was wir dann letztlich tun, verantwortlich sind. Unser Innerstes kennt außer Gott und uns meistens niemand so richtig, aber wir sind dafür zuständig. Wir müssen nicht jedem Gedanken, der kommt, Raum geben. Wir müssen nicht allem nachhängen, was sich so in unser Leben einschleicht. Wir können uns überlegen, wollen wir, dass dieser Gedanke bei mir bleibt? Ist er gut? Will ich das wirklich haben? Ist das vielleicht was, wo ich mit jemand anders drüber reden muss? Ein Problem, wo ich klar Schiff einfach machen muss? Oder taugt das alles nicht und ich schmeiße es einfach raus? Ich kann Stopp sagen. Und ich kann ganz bewusst Liedferse, Bibelferse, Gespräche mit Gott in mein Leben einbauen. Ich kann mich damit umgeben. Ich kann anrufen und sagen, weißt du was, da passt was. Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt nicht zwischen uns. Ich würde gerne mal mit dir reden. Ich kann Dinge klären. Ich kann mich entschuldigen. Ich darf mich entschuldigen. Es geht. Aber man muss wollen. Am Anfang von der Bibel im Paradies wird ein Fluss erwähnt. Das Paradies war am Wasser gebaut, wie auch sonst, weil sonst wäre es nicht so schön grün gewesen. Ja, und am Ende von der Bibel, das ist auch wie so eine Klammer, lesen wir auch wieder von einem Fluss. Und das steht in Offenbarung 22, 1 und 2. Und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron des Gottes und des Lammes entspringt und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der zwölf verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Ich weiß nicht, ob es so einen Baum tatsächlich auf der Welt gibt. Ich habe von so einem Baum noch nicht gehört. Man kann ja Bäume veredeln, irgendwelche anderen Äste oder andere Sorten einfropfen. Das funktioniert relativ gut. Aber ob es tatsächlich so einen coolen Baum gibt, der zwölf Früchte bringt, jeden Monat noch irgendwas Neues dazu und der Blätter hat, die ich nehmen kann, um Menschen gesund zu machen. Also davon habe ich noch nichts gehört. Und das ist so ein Bild für absolute Fruchtbarkeit. Dieser Baum stand an einem lebendigen Strom, der direkt vom Herzen Gottes, vom Thron Gottes herkam. Und der Grund für diese Lebendigkeit, diese Fruchtbarkeit von diesen zwei Bäumen war wirklich diese Nähe zum Herzen Gottes, dieser Strom von Gott direkt selber. Und das finde ich total ermutigend, dieses Bild. Weil irgendwie zeigt das ja so, wenn wir uns aufmachen und an diesem Fluss, der vom Thron Gottes, der vom Herzen Gottes kommt unterwegs sein wollen, wenn wir da gründen wollen, wenn wir uns öffnen für diesen Lebensfluss, den Gott uns oder Jesus uns durch den Heiligen Geist anbietet, dann kann es richtig cool werden in unserem Leben. Dann können diese Früchte des Geistes, die wir in Galater 5 finden, bei uns zum Tragen kommen. Sie können wachsen, sie werden wachsen, ohne dass wir das unbedingt auf dem Schirm haben und forcieren. Liebe, Freude, Geduld, Güte, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, all diese schönen Dinge, wo wir immer merken, ich kann mich anstrengen, wie ich will, ein Teil geht, aber den letzten Rest kriege ich halt dann einfach doch nicht hin. Jesus hat uns den Heiligen Geist verheißen und wenn er in und durch uns fließen kann, wird er selber in uns diese Früchte hervorbringen. Der Heilige Geist ist immer bereit, dazu gute Gedanken in uns zu bewirken und zwar in jeder Lage, Gedanken der Hoffnung, Gedanken der Liebe, der Freude, des Friedens, der Geduld, egal wie es aussieht, aber eins ist unserem Part. Wir müssen unser Herz öffnen, wir müssen innehalten, wir müssen hinhören und bereit sein, uns auf ihn einzulassen und dann tun. Die Folge wird sein, dass diese Quelle des Lebens, von dem wir heute schon so viel gehört haben, anfängt in unserem Herzen zu sprudeln und es geht etwas Gutes, was Positives von uns aus, das andere segnet und ihnen gut tut. Ein Baum muss auch nicht darum kämpfen, Früchte zu tragen. Es kommt auf den Standort an. Wenn er in der Nähe von einer frischen Quelle oder von, dass das Grundwasser weit oben ist oder ein Strom da ist, wenn er da wächst, kommen seine Früchte von ganz alleine und er isst und bleibt grün und andere können davon nehmen und essen. Gehen wir zurück zu dieser Frau am Brunnen. Jesus sieht sie da stehen. Er blickt ihr in die Augen. Er sieht sie so, wie sie ist und er sieht nicht nur einen Körper, eine Frau, sondern er sieht in ihr Herz. Und diese Frau hat durch dieses Gespräch gemerkt, dass diese Person, die da ist, dieser für sie fremde Mann im ersten Moment, Jesus, dass er sie sieht. Dass er sie nicht sieht, wie die anderen sie sehen, sondern dass er tiefer sieht, dass er in ihr Herz sieht und sie glaubt ihm. Sie hat gemerkt, dass er ihr Leben durch und durch kennt. Er ist anders als all die Menschen, die sie bisher getroffen hat. Er hat in ihr Herz geblickt, aber die Reaktion war nicht Verachtung oder Enttäuschung oder irgendwas anderes, sondern die Reaktion war Annahme, war Liebe, war Vergebung. Und so lässt diese Frau ihren Krug an dem Wasserbrunnen stehen und sie läuft so schnell sie kann in die Stadt und ruft die Leute und fängt an, von dieser Begegnung zu erzählen. Und die Leute kannten sie. Die wussten, wer das war, wer da angerannt kommt und die Leute kamen raus, waren neugierig und haben ihr zugehört. Und das Ergebnis war, dass viele, dass viele durch diese Begegnung, die diese Frau mit Jesus hatte, durch dieses neue Leben, das diese Frau mit Jesus, von Jesus bekommen hatte, angerührt wurden. Dass diese Leute selber mit Gott in Berührung kamen und ja, viele bestimmt mit ihm ein neues Leben angefangen haben. Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Wo bist du? Wo hast du dich wiedergefunden in dieser Geschichte und in deiner Herzensreise? Und die zweite Frage, wie willst du weitermachen? Ich möchte dich segnen in deinem Nachdenken über die heutige Predigt, über den heutigen Gottesdienst, über diese Quelle, die Jesus für uns ist und sein will, aber die nicht nur uns satt machen möchte, sondern diese Quelle, dieses Leben, was er durch uns hindurch zu den anderen Menschen geben möchte, das er austeilen möchte. Sei gesegnet. Amen. eine gute Rolle, dieinated Echælder4,